Ein Befristeter, aber gerade auf jeden Fall eine Unbefristete, gut, ja, ich glaube, ja, das heißt, der endet irgendwann, oder? So, automatisch. Ja, genau. Automatisch. Und der muss nicht irgendwie verletzt werden. Nee, der verletzt werden, weil er gut ist. Ja. Was ist denn, wenn Sie jetzt vier, fünf, sechs Mal befristet hintereinander?